Hallo, mein Name ist Esther Job. Ich bin Gesundheitsexpertin seit über 20 Jahren und ich habe Sanklik Ungarn mitgegründet vor 25 Jahren. Es ist meine Herzensangelegenheit. Sanklik Ungarn ist das Original. Wer sich für uns entscheidet, wählt das Original. Wir bieten bereits seit 1993 Medizintourismus nach Ungarn an. Als erster Anbieter im deutschsprachigen Raum startete Sanklik Ungarn bereits im Jahr 1997 mit einem eigenen Sanklik in Budapest durch. Seit dieser Zeit sind wir Marktführer geworden für Sankreisen nach Ungarn und behandeln in mehreren Partnerzahnkliniken monatlich mehr als 250 Patienten aus Deutschland und der Schweiz. Die Tendenz ist stetig steigend. Mein Motto ist Zahnmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Das steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir helfen unseren Patienten seit 1997 bei zahnmedizinischen Themen aller Art. Erfahrene Fachärzte sorgen für kontinuierliche hohe Qualität und Kundenzufriedenheit. Warum entscheidet sich die Mehrzahl der Patienten, die für eine Zahnbehandlung ins Ausland reisen, für uns? Kostentransparenz Zanklik Ungarn steht für höchste Qualität zu dem bestmöglichen Preis- Leistungsverhältnis. Dabei bieten wir ihnen absolute Preistransparenz. Bei uns gibt es keine versteckten Preise, indem wir beispielsweise die Kosten für Flug oder Hotel übernehmen. Wir kalkulieren Reise- und Behandlungskosten separat voreinander. Um die Reisekosten zu reduzieren, bieten wir immer wieder neue Auktionen an. Auch verzichten wir auf Lockangebote, sondern geben ihnen eine Preisgarantie. So ist das von unseren Zahnärzten für sie persönlich erstellte Angebot mindestens sechs Monate gültig. Bis zum nächsten Mal.